Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin2go News. Ihr seht es hier oben und mein Pullover, Hintergrund rot, alles rot und ich musste es raushauen. Das Blutbad, es ist da und wer jetzt nicht noch von einem Crash spricht, dem ist glaube ich auch nicht mehr zu helfen. Es ist eine ausgedehnte Korrektur, Crash, wie auch immer ihr es nennt. Fakt ist, Bitcoin und die Kryptowährung sind heftig unter Druck in den letzten Tagen. Ich sage euch jetzt warum, wir sondieren die Lage zusammen und gucken, wo wir stehen, was sich geändert hat und wo die Reise jetzt als nächstes hingeht. Ich würde sagen, zurücklehnen, anschnallen und dann viel Spaß beim Update. So und wir starten mit dem Gift des Tages und das ist dieses hier. This is fine. Ich glaube ein sehr, sehr berühmtes Meme. Ihr seht im Hintergrund vielleicht ab und zu mal so ein Hund da hinten sitzen. Also muss ich mal ein bisschen größer machen, da hinten sitzt ja so ein kleiner Hund, das ist genau dieser hier. Nämlich dieses Meme, welches ja auch bezeichnend steht in gerade solchen Crashphasen von Krypto. Und ich muss sagen, es ist wild. Anders kann man es nicht zusammenfassen. Deswegen auch der Hinweis für euch heute. Heute Abend 18 Uhr bin ich wieder live bei Twitch. Ich werde zusammen mit dem Thomas und vielleicht noch dem einen oder anderen Gast die Lage hier aktuell ein bisschen einordnen. Und euch abholen, eure Fragen auch natürlich beantworten, die ihr jetzt vielleicht auch in den Kommentaren stellt. Also wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, unten rein. Wir stürzen uns jetzt direkt mal in die Kacheln und da sieht es halt wirklich gar nicht gut aus. Aktuell benutze ich noch Coin360. Ich schwanke gerade zwischen diesen beiden hier. Vielleicht könnt ihr mir sagen, welche euch besser gefällt. Die Daten sind hier gefühlt valider, weil hier immer wieder mal Chaos ist, auch bei Coin360. Aber jetzt aktuell sieht es richtig aus und ja, richtig, richtig schlecht. Das ist nicht sieben Tage, sondern das ist der Tagesschart, die Tageswerte. Wir sehen einen massiven Ausverkauf am Kryptomarkt. Alles zweistellig dickrot außer Polygon. Wir gucken da gleich nochmal drauf. Es gibt in solchen Phasen tatsächlich Gewinner, nämlich die, die nicht so krass abstürzen. XRP zählt so gerade ein bisschen dazu. Die DeFi-Coins, Solana auch bei 49 Dollar mit minus 1,5 Prozent noch wirklich verhalten. Hier bei Quantify sogar noch leicht im Plus. Und man sieht eben, welche Narrativen, welche Geschichten sich gerade noch durchsetzen. Und das erinnert schon auch an 2017, wo der Bitcoin-Kurs und alles Großes stark abgeschmiert ist, aber die Altcoins trotzdem noch weiter zulegen konnten. Wir gucken gleich auch auf die Bitcoin-Dominanz, die in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Und wir sehen, wir sind deutlich unter der 40.000er-Marke. Und damit auch jetzt unter dem Niveau, unter dem Tesla-Support. Also was der Markt hier gerade einpreist, ist unter anderem auch die Annahme, dass Tesla vielleicht aussteigt, gepaart mit ganz viel FUD. Also ganz viel Fear, Uncertainty, Doubt. Also Ängste, Ängste, die die Leute den Markt gerade bewegen. Wir sehen, absolute krasse Dynamik und vor allem sehr viel Psychologie in diesem Markt. Und ich will diese ganzen Nachrichten und News mal für euch einordnen und das ein bisschen nicht relativieren. Euch auch die Angst trotzdem ein bisschen nehmen, aber auch zeigen, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das muss auch ganz klar sein. Nein, diese Korrektur oder dieser krasse Einbruch, er war irgendwann zu erwarten, ausgelöst jetzt von verschiedenen, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Nachrichten. Die Bitcoin-Dominanz hingegen hält sich gut im 40er-Bereich, also kann sich hier bewähren Bitcoin im Verhältnis zu den Altcoins. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Signal, dass hier die Dominanz jetzt ja auch an einem Tiefpunkt vielleicht vorerst angelangt ist, ist aber in der aktuellen dynamischen Marktphase schwer zu sagen. Jedes Mal, wenn ich refreshe, passiert hier wieder was anderes. Die Charts springen rauf und runter, wir erleben Rebounces, aber insgesamt eben einen deutlichen, deutlichen Abverkauf. Wir brauchen auf DeFi und all das gar nicht drauf schauen, das macht uns heute jetzt überhaupt nicht glücklich, obwohl man sagen muss. Und wenn ich jetzt hier mal das refreshe, sehen wir zwar die gelockten Werte in DeFi-Applikationen, die sind natürlich jetzt mit dem Crash runtergegangen, aber verhältnismäßig stark. Denn die Ethereum gehen hoch, die Bitcoins sind hochgegangen zuletzt und vor allem auch der DeFi-Pulse-Index, der ja für die größten DeFi-Applikationen steht. Denn die haben in den letzten Tagen ordentlich zulegen können. Denn was passiert in einer Phase, in der wir in einen Bärenmarkt eintreten? Richtig, viele bleiben eben dann im Kryptomarkt drin in Form von Stablecoins. Und das zeigen aktuell die Statistiken ganz deutlich, wie viele Stablecoins auch auf den Exchanges liegen, teilweise auch abgezogen werden, um das dann vielleicht eben in den DeFi-Applikationen verzinstlich in der bärischen Phase anzulegen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis mal an der Stelle, warum dann eben so ein Narrativ wie die Centralist Finance genau in solchen Phasen auch eben gut greifen. Das hat man auch in den Kursen zuletzt gesehen. Die konnten da schon zulegen, wenn auch man heute sagen muss, da ist heute natürlich auch ein krasser Abverkauf. Aber wenn wir mal die sieben Tage rauszoomen, dann war zumindest mal die letzten zwei, drei Tage im DeFi-Bereich einigermaßen ordentlich. Gucken wir schnell mal auf die Altcoins, die ist bei 98 komplett am Anschlag. Wir sind also immer noch in einer Phase, wo eben, und das ist vor allem auch in Bezug auf gestern, die Altcoins eben die Einzelnen sind, die noch ein bisschen performen, weil hier noch ein bisschen Fantasien drin sind. Vor allem sind sehr viele First-Layer-Fantasien drin. Ich habe es euch in den letzten Videos ja immer wieder gesagt, gerade auch der Kampf um den Smart-Contract-Thron. Polkadot ist jetzt bereit mit den Auctions. Wir haben Alonso Testnet auf Cardano. Wir haben Solana, was jetzt Gas gibt, Avalanche und die ganzen anderen Ökosysteme, die sich jetzt hier aufblähen. Viel interessanter wird es dann noch im zweiten Layer, Layer-2-Scaling auf Ethereum. Da allen voran Polygon, die sich hier krass aufstellen und eine unglaubliche Kurs-Performance in den letzten Wochen, Monaten, aber vor allem auch in den letzten Tagen hingelegt haben. Gestern allein 50% Kurs-Plus, Wahnsinn, auch Synthetix zum Beispiel, ja, das geht auf jeden Fall richtig krass ab. Kann man nicht anders sagen und deswegen entsprechen auch die Altcoins diesen hier noch hot, hot, hot. Der Stockmarket ansonsten, der gibt uns auch Sorgenfalten auf. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe es euch ja in den letzten Videos auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass man das, was an den gesamten Finanzmärkten passiert, nicht vergessen sollte. Und deswegen ein Hinweis für euch, ich habe hier meinen Finanzkanal, Finanzwissen heißt der. Schaut euch da gerne mal das letzte Video an, Angst vor Inflation berechtigt und die Rolle von Bitcoin in dieser ganzen Geschichte. Vielleicht ein Video, was euch interessieren könnte, um das ganze Thema auch im Finanzmarkt mal einzuordnen. Denn man muss ganz klar sagen, natürlich auch aus makroökonomischer Perspektive kommt gerade Druck rein, denn die Märkte, sie wissen nicht, wo es jetzt als nächstes hingehen soll. Das billige Geld, irgendwann reicht es eben nicht mehr aus und gerade ist wirklich diese Perversion zwischen, es pumpt doch irgendwie noch was, man sieht an den Growth-Werten in Aktien sehr, sehr deutlich, dass diese Trendumkehr da ist. Gerade die, die in den Corona-Crash stark profitiert haben und da war Bitcoin eben auch mit drunter, die leiden gerade extrem und auch das ist ein Faktor, den man hier in diesem Crash, in diesem aktuellen Rückgang nicht verneinen sollte. Und sorry, wenn ich immer wieder Crash sage, ich sage auch euch zur Info, hängt euch nicht so sehr an Begrifflichkeiten auf, sondern eben daran, wie es aktuell aussieht. Und es ist ein Blutbad und es ist gerade richtig, richtig schlecht, ja, Status Quo. Aber wir stehen vielleicht an dem Punkt der Kapitulation und da kommen wir gleich dann drauf zu sprechen. Der 4-Greed-Index, der zeigt Extreme 4. Ich glaube, der wird morgen noch krasser nach unten gehen. Es bleibt wild, es bleibt turbulent und wir gehen dann jetzt mal in die ganzen News, die ich für euch so ein bisschen aufbereiten will. Angefangen hatte das Ganze ja mit Verkauf Tesla seine Bitcoin. Ja, ich habe am Montag für euch da ein Video gemacht, die ganze Lage, Situation und auch die ganze Diskussion und Debatte rund um Elon Musk für euch ein bisschen eingeordnet. Und muss sagen, am Ende des Tages sehen wir jetzt eben auch einen Preis, der das Ganze rauspreist. Aber jetzt denkt, das hängt nur an Tesla und irgendwie jetzt sind wir in dem Niveau und jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Der sollte nicht vergessen, dass neben Tesla eben noch andere Themen gekommen sind. Wir haben zwar auf der anderen Seite hier Michael Saylor, der wieder gekauft hat. Die haben den Dip wieder gekauft und im Durchschnittspreis von 43.000 pro Bitcoin sind jetzt unterwegs. Aber fragt euch mal eine Sache. Was passiert denn, wenn wir jetzt auf 32.000 fallen sollten? Wenn wir weiter bottom bei 30.000, 32.000 bilden, dann ist das ein fettes, fettes Minus auf Pump zum Teil hier bei Michael Saylor und MicroStrategy. Natürlich sind die hier lang unterwegs, aber was passiert, wenn diese Unternehmen dann jetzt auch noch nach und nach wieder aussteigen? Der Katalysator nach oben könnte nämlich dann auch der Katalysator nach unten sein. Und das ist auch das, was wir bei Elon Musk jetzt dann eben gesehen haben und Tesla, diese Ängste, diese Sorgen. Und es gibt nichts Schlimmeres im Markt als Ängste und Unklarheiten. Und ich muss sagen, was ist das hier wirklich wieder? Die Seite ist ja Reuters komplett overloaded mit Werbung. Es ist ja ein absoluter Albtraum. Also, die haben gestern hier nämlich ein richtiges Fass aufgemacht. China bans financial payment institutions from cryptocurrency business. Also, ein erneuter China ban für Kryptowährungen. Hier stehen viele Details. Aber das Ganze muss man auch eben mal wieder aus einer anderen Brille sehen. Nämlich aus vielleicht einer Brille von einer Person, die vor Ort ist. Und die hat hier zum Beispiel gesagt bei Twitter gestern, Three dumb things happened within the last hour. Reuters writing a misleading article on China banning. People retweeting Reuters and believing it. Market dumping on the Reuters news. China didn't just ban crypto. It's reiterating, kenne ich gar nicht das Wort, an anti-speculation law from years ago. Okay, ich weiß zumindest, was es bedeutet. Aber es auszusprechen ist dann doch nicht so einfach. Es sagt am Ende des Tages, hier wurde wieder viel Scheiße aufgewühlt, viel auch geteilt. Und diese Ängste weiter befeuert. Denn es ist wohl ein Gesetz, was in der Vergangenheit schon auf den Weg gebracht worden ist. Und ich sage euch jetzt ganz wichtig an dieser Stelle, dass ich das trotzdem mit extremer Vorsicht genieße. Denn wir haben hier eine Perspektive. Wir haben eine Perspektive von Reuters. Und wir haben eine dritte Perspektive. Und das ist meine. Denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich kann ehrlich gesagt kaum einordnen, wie klar jetzt dieser Bann wirklich ist. Es gibt sicherlich auch chinesische Quellen, wo es ganz deutlich ist. Ich kann kein chinesisch. Und wir kriegen Informationen aus verschiedensten Quellen. Und wir müssen für uns auch sondieren, wo ist denn jetzt hier die Wahrheit. Und China-Band hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn wir mal auf die nächste News gucken, nämlich wieder diese Indien-Geschichte. Indian Government is rethinking Crypto-Band. The Economic Times schreibt hier, ja, das wird jetzt überdacht. Hier ist es aber erst mal positiv zu lesen. There is a view within the government that the recommendations made bla 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 bla. Also es gab ja die Empfehlung, dass es einen Bann geben soll. Dann wurde das wieder umgedreht. Und bla bla. Und ihr seht, das ganze Chaos ist perfekt. Es dreht sich die ganze Zeit immer nur im Kreis. Crypto-Band ja, nein. China-Crypto-Band ja, nein. Fakt ist, und da müssen wir mal ein bisschen rauszoomen und die Lage mal sehen. China hat den digitalen Yuan gestartet, schon testweise. Das ganze Thema wird weiter ausrollen. Und natürlich sind Kryptowährungen hier nicht gut, wenn man eben gerade auch sein Central Bank Digital Currency System durchhauen will. Da ist es schlecht für die chinesische Regierung, wenn auf einmal jeder Kryptowährungen nutzt, wo sie die Geldflüsse eben nicht so gut kontrollieren können, wie mit ihrer eigenen digitalen Währung. Heißt jetzt nicht, dass so ein Bann dauerhaft ist und was das eigentlich tatsächlich bedeutet, aber dass eben viel, viel Ängste und Unklarheiten gerade den Markt dann eben in dieser Situation dominieren und ich da wirklich zu mahne, durchzuatmen und die Sachen erstmal für sich selber durchzudenken. Was hat es am Fundament von Bitcoin eigentlich jetzt geändert? Am Netzwerk schon mal gar nichts. Ja, ganz wichtig. Genauso auch die Energiedebatte. Ändert nichts. All die Preisdynamiken, die bestimmen natürlich die Medien, die bestimmen natürlich das, was andere dann eben auch darüber schreiben und sagen. Und ich sage euch, was ist denn euer Plan eigentlich bei Krypto? Ja, ich persönlich bin langfristig investiert und ich habe genau diese Frage auch gestern von NTV bekommen, lohnt es sich noch in Bitcoin einzusteigen und ich sage, gerade in solchen Phasen No Financial Advice, Buy the Dip, man sollte kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt. Das sind ja diese ganzen Sprüche, wo auch ein bisschen Wahrheit drinsteckt und gerade dann, wenn man langfristigen Plan verfolgt, kann es durchaus auch Sinn machen, in solchen Phasen vielleicht den Sparplan, den man eh laufen hat, vielleicht vorzuziehen oder vielleicht ein bisschen stärker auszubauen und dann sich zu überlegen, wenn ich wirklich in den nächsten fünf Jahren hier noch drin bin und in fünf Jahren, was ist denn dann daraus geworden? Dann sind wir vielleicht im nächsten Halbzyklus, vielleicht sind wir schon viel, viel weiter, vielleicht doch nicht und vielleicht dauert es noch zehn Jahre, aber für mich ist eben Bitcoin und Kryptowährung ganz wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung, der weiteren Digitalisierung unseres Planeten, unseres Ökosystems, in dem wir leben und da ist es eben auch wichtig, ein Asset und Möglichkeiten zu haben, sowohl auch über Bitcoin eben als digitales Gold und da sehe ich den primären Use Case, aber eben auch andere Kryptowährungen und Blockchains für die Applikation, für die freie Nutzung und eben auch die Freigestaltung unseres Internets und unserer digitalen Welt. Also das mal als kleine Brandrede an dieser Stelle und macht euch einfach klar, wer langfristig dabei ist, der muss jetzt hier an dieser Stelle mal rauszoomen und zoomen wir raus, sehen wir, dass wir hier an einem Punkt sind, den wir schon ganz oft erlebt haben. Einbrüche bei Krypto sind normal, dieser Einbruch ist krass, der Pump war aber genau auch krass. Die Frage ist, wo ist der Boden und was passiert dann danach, wenn diese ganzen News eingeordnet werden und eingepreist sind, der Finanzmarkt auch irgendwann mal wieder ein bisschen gesettelt ist, dann kommen wieder auch neue Phasen, in denen es auch wieder positiver läuft und deswegen ist immer wichtig, auch in einem Bullenmarkt auszucachen, Gewinne auch immer mal mitzunehmen, um dann eben in solchen Phasen wie jetzt auch Cash zu haben und dann, wenn man langfristig orientiert ist, auch vielleicht kaufen zu können und das aber nur als Tipp beziehungsweise als Hinweis und nicht als Empfehlung. Ihr müsst schon selber wissen, was ihr tun wollt. Ich persönlich bin auf jeden Fall am Trigger und jetzt kommt mal eine News, die die meisten gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, nämlich die Taxes. Der Tax Day in den USA, der war am Montag, 17. Mai, Stichtag. Das heißt, letzte Woche wurden zig, zig, zig Steuererklärungen abgegeben und sicherlich auch viele Wales, die auf fetten Gewinn gesessen haben, die dann gesagt haben, okay, Tax Day, let's go, wir schallern jetzt nochmal alles raus und wenn man sich die Daten, die On-Chain-Daten anschaut, dann sieht man vor allem, dass ein ganz großer Exchange-Inflow gewesen ist in den letzten Tagen, in den letzten Wochen und das passt zum Narrativ oder zu der Idee, dass eben auch der Text, der in den USA ein wesentlicher Faktor nochmal war, dass diese ganze Kaskade losgelöst wurde, denn sie ist losgelöst von Wales, sie ist losgelöst von vielen Playern, die eben auch auf vielen Coins sitzen, der Inflow, der zeigt es wie gesagt und auch die nächsten Tweets, die ich euch zeigen will, hier steht es auch nochmal, Total Transfer Volume to Exchanges, all Exchanges, Mark Friedrich schreibt hier, Rekord, wir sehen, wir haben es beim letzten Mal im März gesehen, so krass am Corona-Crash. Wir sind wieder an dem Punkt, erinnert euch, was nach dem Corona-Crash passiert ist, der Run von 3000 auf fast 64.000 oder 64.000 ist krass und hier wird auch jetzt schon von der Kapitulation gesprochen, wir sind am Kapitulierungspunkt, Leute, ist das überhaupt ein Wort? Kapitulation steht bevor und das sollte man da auf jeden Fall mal mitnehmen und auch William Clemente3, irgendein Twitter-Account schreibt das und ich fand diese Reaktion hier unten natürlich witzig, denn so habe ich auch erstmal reagiert, nachdem ich das gesehen habe, Net Transfer Volume from to Exchanges on Binance und meine Reaktion darauf, das sieht gar nicht gut aus, denn was ist hier das Problem und das ist auch nochmal für euch zur Erklärung, hier ist jetzt Binance als ein Beispiel, wenn so viel Geld auf eine Exchange fließt, sagen wir mal, ein Whale verkauft 10.000 BTC, dann ist das für den Markt ein Riesenproblem, das Orderbuch hat nicht genug Liquidität, um das aufzufangen und genau deswegen gibt es natürlich auch in solchen kleinen Märkten immer die Whale-Problematik, das fängt bei kleinen Kryptowährungen an und ist auch bei Bitcoin noch der Fall, es gibt so viele Exchanges und auch wenn die größten Exchanges großes Volumen haben, reicht es oft nicht aus, die großen Crashers durchzuziehen, das heißt, die Whales verkaufen Stück für Stück für Stück für Stück und guckt euch die letzten Tage an, genau so sieht es nämlich aus und da ist dann die große Sorge, wer hat den Verkauf, wenn euch weitere On-Chain-Daten interessieren, guck mal bei Glasnot rein, da gibt es immer geile Alerts, Peter Brand sagt jetzt, hier zoomt raus und sieht, ach du grüne Neune, 2018 das gleiche Bild, die Falsummer das gleiche Bild und jetzt wieder, ich bin nicht der Meinung, dass wir genau an diesem Punkt sind, den er hier beschreibt, er sagt eben, könnte jetzt dann vielleicht der nächste Crash sein, unpopular Opinion, er zieht sich jetzt erstmal wieder zurück, er hat den letzten Peak auch 2017 mal vorausgesagt, aber ich sage euch, ich sehe jetzt aktuell keine Phase, in der wir in den krassen Bärenmarkt der Vergangenheit eintreten und wenn wir in den Markt eintreten, der zum Beispiel wieder die Falsummer letztes Jahr war, dann sehen wir aber eben auch, was dann zum Ende des Jahres und dann danach passiert ist, also Geduld ist eine Tugend auch am Kryptomarkt und irgendwann ist so ein Bullrun eben auch vorbei, das Stock-to-Flow-Modell ist weiter intakt, auch wenn es unter Druck gerät und zoomen wir mal hier noch krasser raus auf den Rainbow-Chart, Kurs geht raus hier an den lieben Holger, der wirklich beim Blockchain-Center geile Daten zur Verfügung stellt und eben diesen Rainbow-Chart entwickelt hat und da sehen wir eben die logarithmische Darstellung vom Bitcoin-Kurs und wir eben genau immer auch in diesem Regenbogen verläufen, wir sind in der HODL-Phase, wir sind wieder in der Phase, die wir auch hier 2017 schon erlebt haben, die wir hier 2013 in dem Bullrun erlebt haben und Zyklen wiederholen sich, ob sich alles eins zu eins wiederholt, ist Spekulation, ob das Stock-to-Flow-Modell greift, ist Spekulation, was Fakt ist, gerade haben wir ein sehr schlechtes Sentiment und wenn es so, so schlecht ist, dann sind die Mutigen vorne, die eben dann in solchen Phasen vielleicht auch mutig in dem Markt agieren, ist aber keine Garantie dafür, dass dieser Mut auch tatsächlich belohnt wird. Gut, also mein Schild noch mal an euch, an den Finanzwissen-Kanal, guckt mal unten in die Beschreibung, da habe ich auch den Link, ich lasse hier oben auch mal aufploppen oder habe ich vorhin schon, ansonsten Polygon hat ziemlich viele Nutzer und eben das Narrativ rund um Second-Layer-Officeum oder andere First-Layer-Blockchains, habe ich gerade schon gesagt, ist noch intakt und ist so ein bisschen in der letzte Hoffnungsschimmer, könnte aber auch so wie das letzte Fähnchen im Wind sein, was dann nochmal umfällt oder eben nicht und übrigens nochmal, was Gewinne mitnehmen angeht, hier schreibt Cointelegraph there now, also es sind 6710, ich will jetzt nicht die ganze Englisch vorlesen, nachdem es eine Wort so in die Hose ging, also es gibt über 6710 Cardano-Millionäre, 10 Stunden zurück sind sicherlich weniger geworden, aber diese Leute sitzen auf viel Geld und wollen vielleicht auch mal auscashen und deswegen, auch in dieser Altcoin-Season, es wurden viele Millionäre gebacken, die jetzt vielleicht kapitulieren und sagen, ich bin raus, das war es für mich, ich bin noch langfristig dabei, mich würde interessieren, wie deine Einstellung zu der aktuellen Lage ist, ich kann verstehen, wenn es schmerzt, aber ich kann dir auch sagen, auch dieser Schmerz wird vorbeigehen und ich bin weiter optimistisch für die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen, und ich sehe weiter Relevanz in der Zukunft und die Hauptgeschichte, digitales Gold und auch Dezentralisierung, Web3, ja ein Internet, was wir auch mitkontrollieren, bestimmen, gerade auch im Hinblick auf die Assets, ist intakt, also deine Meinung interessiert mich hier, ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, dann hau hier unbedingt den Like drauf und dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend 18 Uhr live bei Twitch und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, in diesem Sinne, mach es gut und ciao.